und schafft mir das schon ups voll verpennt ok wollen wir von außen reingehen so links rechts weh ok hey wir können uns was kaufen pots glaube ich extra oh ok ok es gibt sogar eins was sonst unsterblich macht ja gut ich kann mir davon nichts wirklich leisten oder ich weiß auch gar nicht wie man es aktiviert ich bin zu gierig wir haben so einen gelben trank ja schon aber ich weiß nicht Moment ich guck mal in den Optionen ähhhhh ähm Skill 1, Skill 2, Skill 3, Strafe Potion mit F und du kannst mit ähhhhh ja ja keine Ahnung achso da war ja noch einer ok ey wow was ist das denn ey das ist nicht cool die Dinger sind voll fett die Dinger sind voll fett die Dinger sind voll fett ok die kommen relativ selten hat es dir viel Schaden gemacht? ja ne? ja 30 HP oder so ist schon hart ja ich weiß nicht ja ich weiß nicht oh ist oh Gott ist was ist denn? ist es hart? sieht das brutal aus? ja es ist treff ich das? ja oh nice lol Moment dann geh ich zu dir zurück ups ich bin tot oh was ich noch was geschafft stell dich einfach da hin und schieß scheiß drauf sieht aber nicht so aus als wie ich dir Schaden machte äh doch ich hab's noch gesehen dass du von hier hast du geschossen oder von ihren was hier schießt einfach von hier ja wir hören ja dass da was kaputt geht und dann einfach immer zurückrennen oh oh der schießt dann wohl so nah an den Stacheln dann würde ich sagen dass du am besten versuchst überhaupt nicht zu sterben ja aber jetzt wissen wir wenigstens dass du triffst dass ich OP bin ja 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 dann bleibe ich einfach hinten aber umso weiter ich weg bin umso weniger Schaden mache ich das dort ewig ja anders geht's nicht gerade trick oh hat sich erwischt? hey hey hat sich's aufgelöst? ja an der Wand ja an der Wand haus es ist h es ist 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 so groß wie dieser Gang hier also so breit wie dieser Gang und dann halt auch so lang von dieser Wand hier bis zu den Stacheln vielleicht ein bisschen länger und wie sieht es ist es ist es ist es ist es ist einfach nur ein großer Wurm und der spuckt die Dinger oder wie macht er das ja so ein Kreis um 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 ihn herum so ein richtig dicker Kreis der wird halt nur wir sehen nur so drei Kugeln aber eigentlich sind es das hat dich erwischt ja weil ich mir das Ding gerade irgendwie vorgestellt habe boah gerade mal ein Viertel wie ein Viertel ja der HP von wem von denen wo weißt du das Dings ist doch dicke Leiste wo siehst du die Leiste ich seh gar keine Leiste ich hab gar keine echt nicht ne wo denn ganz links an der Seite ach so da oh ach das ist die HP Leiste okay da hab ich gar nicht drauf geachtet sonst kannst du dir auch einen HP Pod kaufen bevor du stirbst für 100 ja ne stimmt ey wie wir auf Nummer sicher gehen warte das ist äh der der zweitletzte wieso kann ich mit dir nicht kaufen ich kaufe weil du schon einen Trank hast ähm drück mal F geh mal raus und drück mal F ja du hast schon einen Trank deswegen ist egal du hast doch ach so du hast jetzt schon volles Leben ach so weh hä und ach so weil ich es benutzt hab ne ja ist so cool dann hast du nicht mal Gold ausgegeben dafür das ist doch nice oh wow jetzt sind da voll viele gewachsen ja aber die sterben ja alle also ganz ganz langsam schaffen wir den aber wie kommt voran das ist ja schon mal etwas ich glaub ein Run mit mit so vier Rangern ist glaub ich ganz gut ja aber du brauchst nicht mehr ansprechen die anderen beiden sind nicht mehr hier ich glaub das wäre auch schwieriger weil wir trotzdem noch die gleiche Leben haben und Gold ne ja also wenn jetzt drei sterben dann hat man ja schon nur noch ein Leben am Anfang wenn man nichts dazu gesammelt hat dann ja ein Drittel haben wir schon geschafft zurück mies wäre der wäre ja wenn der jetzt ähm wieder voll viel Leben bekommen würde wie bei Fallen in Fantasy ne wir machen so ein 12 Stunden Fight und dann die ersten Toten durch dieses Spiel ja hier sind die beiden ersten Toten boah aber bei Final Fantasy 12 als ich die 11 Stunden da gezockt hab ich hab locker 5 Stunden lang vergessen was zu trinken ja süß ich wollte die ganze Zeit was trinken weil ich gerade erst aufgestanden bin ne hab 5 Stunden die ersten 5 Stunden durchgezogen und hab dann gemerkt ey ich wollte doch vor ein paar Stunden noch was trinken ja das passiert ganz schnell ja tat ey das hat mich voll erschrocken und ich hab mir dann gedacht wenn ich jetzt anstatt 12 13 oder 10 hätte oder 8 dann wäre ich jetzt tot ja das kann auch ganz schnell bei MMOs geht das ja noch schneller ja also du hast ja noch ein Singleplayer Spiel das ist ja noch so das äh fesselt dich ja auch vielleicht nicht so krass wie so ein MMO ja da kannst du noch sagen okay ich mach jetzt einfach ne Pause mir kann keiner was sagen stachelt mich ja keiner an weiter zu machen ja ich meine bei Final Fantasy ist das ja so dass dann irgendeiner gesagt hat ey wir haben jetzt schon 10 Stunden hinter uns du kannst nicht aufgeben das war dann 10 Stunden umsonst und dann denkst du dir ja du hast recht stimmt ja auch wenn man schon 10 Stunden drei Minuten ist jetzt ja ist aus und dann macht man eine halbe Stunde weiter und dann noch eine halbe Stunde und dann ist man irgendwann tot das kann ganz schnell passieren ja und dann und dann verreckt einer einer wird ja verrecken und dann heißt es ja ey was machst du da ja dann regen sich alle auf weißt du am nächsten Tag steht das in der Zeitung äh oder beziehungsweise Schäfer das sind der Schäfer das sind nur so welche die sich durchs Internet kennen weißt du ja und dann heißt es ja er soll sich auch bloß nicht mehr wagen online zu kommen ja dann kommt er auch nie wieder ja dann heißt es der und der hat unseren äh Boss Run kaputt gemacht 10 Stunden seitdem traut er sich nicht mehr online zu kommen ja 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 noch 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 bisschen mehr als ein drittel er soll aber auch ordentlich was droppen ja 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 zumindest ist ein Leben ja ein Leben ist eigentlich sogar schon voll viel wert das ist das das ist doch so ein Abfeld das ist ein Mann der Ding zumal der Zeit der Ecke aber da liegt schon Apfel also da liegen schon drei Äpfel aber das hat Dings gedroppt so ein Käfer ich frage mich wie viel Gold das in der Mitte ist